Ein Blinder malt. Willkommen zum nächsten Bild von mir, eurem blinden Maler Zatoichi. Ich male einen Dackel. Auf geht's. Ich beginne mit dem Kopf. So, als nächstes die Schnauze. Als nächstes bekommt der Dackel seinen Körper. Ja? Ein wurstiger Dackelkörper. Als nächstes die Beinchen. Der Dackel läuft. Jetzt noch der Stätz und wir sind fast fertig. Noch das Schlappohr. Zack. Das ist mein Dackel. Ich hoffe, er gefällt euch. Schönen Samstag noch. Wir sehen uns. Und wenn ihr mich noch weiter supporten wollt, schreibt mal in die Kommentare, wie klasse meine Freundin ist. Bis dann.